spf aus der zukunft hier zu mir leiden dass in dem video in dem weihnachts special leider zu viel wie sag ich zu viel zu laute musik war ich werde im nächsten mal wenn ich das nächste mal ein pet simulator video mache werde ich die musik versuchen auszuschalten aber man hört mich weil ich habe sehr laut gesprochen deswegen hat man mich auch aber die musik ist halt sehr laut ich möchte einfach nur noch vor waren die musik wird sehr laut also nur zu impfen einen wunderschönen guten nacht allerseits und herzlich willkommen zu einem neuen video hier in robert und zwar kann ich jetzt auch in die roblox videos beziehungsweise games in dieser art und spielen wir fangen an mit dem pet simulator mit dem allerersten und ihr seht ich habe schon ein bisschen gespielt ich habe 310 ich habe mit meinem playstation ein bisschen gespielt habe einen lang eine katze das kostet 2000 das hier kostet 200 dann würde ich sagen öffnen wir das mag und wie kann man ja auch auswählen man kann eine katze oder ein hund auswählen ich habe katze auswählen ich kann einen hund nehmen äh ich muss gucken ob die auch noch nicht läuft weil ihr wisst ihr alle was das letzte mal passiert ist das ist ein bisschen scheiße hier das möchte ich nicht so ich mach das kurz so wie soll ich das machen denn überhaupt ich habe so lange nicht mehr ähm links gespielt roblox auf dem handy vor allem roblox habe ich auf dem handy gespielt da muss ich mich erst mal daran wieder gewöhnen ich habe jetzt nur noch 35 coins dafür habe ich jetzt drei tiere die hinter mir rein streichen einen lahm das ist level 7 dann die katze level 2 und der hund ist grad 9 level 1 das ist eine große truhe die werde ich versuchen zu bekommen da kann man auch handelsfragen anbekommen da kann man auch handelsfragen machen ich bin mal gespannt hat die auch Tiere hat aber die katze noch ja gut ich habe ja auch noch einen hund ne also katze hund lamm sind einfach allerbeste das ist absolute wow wie viele sind da jetzt auf einmal ok nein das sind nur meine die katze von dem ist auch noch da da ist noch ein lamm da hinten hat da 5 pets die eine riesige truhe eröffnen ich weiß nicht wird dann das ähm die truhe hier wird dann diese truhe hier ähm also mit dem geld wird dann diese truhe hier diese schatztruhe wird dann das geld irgendwie wahrscheinlich ähm halbiert und dann bekommt einer die hälfte und die andere die hälfte weil wir haben beide mitgemacht oder kommt jemand darauf an der zuerst ähm diese truhe gefunden hat das weiß ich nicht übrigens hatte ich weiß nicht wann das video online kommt ob es morgen online kommt am 24 weil ich mache es gerade am 23 ob es in 24 online kommt oder ob es in 25 online kommt ich weiß nicht genau wann aber wenn ihr das video gerade zählt das 23. Adventskalender natürlich im Spitz natürlich auf dem Abend und das 24. weiß ich nicht vielleicht lade ich das sogar gleichzeitig hoch zuerst das 4 Türchen zum 24. Dezember denn da kommt noch ein Immobilie dazu und dann dieses hier wo ich jetzt gerade mache ein Pet Simulator das ist mein erstes Roblox Video ich habe ja schon Roblox live auf der Playstation aber wichtige Videos kann ich jetzt machen denn Pet Simulator geht das ist richtig cool so ich helfe mal hier nein so 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 also oh sind noch zwei andere Tiere ne Digga wie wir einfach alleine so stehen ey i love Romeo can you help me wenn ich mal schreiben ne komm ein klick und wir haben alle ein Level abbekommen Bruder ok das lahm wurde ist Level 7 geblieben die Katze wurde Level 3 und der Hund Level 2 Leute ich kann aber trotzdem nicht zu lange Aufnahmen machen deswegen würde ich sagen ich beende diese Folge jetzt schon mal es wird ein kleines Nextplay ich habe jetzt erstmal Folge 1 geschrieben mal schauen je nachdem wie gut das Spiel hier ankommt werde ich vielleicht sogar noch mehr Videos machen denn ihr seht wir haben jetzt wieder 395 Coins vielleicht werden wir morgen weiterspielen und dann ein besseres Eichner bekommen dass wir ein besseres Pferd sein sein kann und vielleicht werden wir dann auch bald dass das nächste Türchen da hinten reinschalten wenn ihr das nicht verpassen wollt oder wenn ihr noch eine Folge sehen wollt dann macht ihr das gleich da abonniert und geöffnet damit ihr keine Videos und Likes nicht mehr verpasst Ciao Leute